Ich werde ihn retten. Wozu brauchen Sie Rassumichin? Ich liebe Sie ebenso. Ich liebe Sie. Und endlich liebe ich Sie. Aber Sie sehen ja so bleich aus, Radion Romanovich. Ist die Luft zu stickig? Soll ich das Fenster ein wenig öffnen? Bemühen Sie sich bitte nicht. Kein Grund zur Beunruhigung. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Du bist alles für uns, für mich und Dunja. Ich allein bin schuld. Ich vor allem bin schuld daran. Betrachte Sie, bitte schön, du Scheusserl. Da, zeig die anderen. Da. Das war ich nicht. Ich weiß nichts. Doch wenn Sie schon überall Wachen aufgestellt haben. Was tun Sie? Was fällt Ihnen ein? Vor mir? Nicht vor dir knie, ich. Ich knie vor dem Leid der ganzen Menschheit. Ich bin gekommen, um mich mit Ihnen, mein lieber Radion Romanovich, einmal auszusprechen. Das war es mir irritiert. Vielen Dank.